Jetzt heißt es wieder neu im Katalog und hier habe ich unseren aktuellen Weihnachtskatalog. Wenn Sie den auch zu Hause haben, können Sie das Ganze, das wir Ihnen zeigen, auch im Katalog anschauen. Beginnen tun wir mit Seite 118 und hier oben sind Produkte und das werden Sie jetzt in der ganzen Sendung sehen, die Ihnen helfen, Ihren Haushalt ein bisschen besser zu organisieren. Weil Grimmskrams, das man irgendwo unterbringen muss, hat man immer und dann sind solche klapp- und stapelbaren Aufbewahrungsbehälter, ich glaube genau das Richtige, nicht nur in Keller- oder Lagerräumen, sondern die sind vielfältig einsetzbar. Wir haben zwei verschiedene Größen hier, sodass wirklich für jeden Bedarf etwas dabei ist. Im Beginn tun wir mit einem Vierer-Set der kleinen Aufbewahrungsboxen. Ja, ich habe hier mal welche hingestellt. Das sind diese Boxen. So sehen die zusammengeklappt aus. Also super flach, einfach unterzubringen. Die wiegen auch überhaupt nichts hier. Und die schaffen jetzt richtig Ordnung bei Ihnen zu Hause. Ich bin ein Ordnungsfanatiker. Du auch, Diana? Ja. Ich weiß, ich kenne deinen Haushalt. Da ist immer Picobello alles in Ordnung. Da helfen solche Aufbewahrungsboxen unglaublich für Kleinkram, den man nicht immer braucht oder den man schnell zur Verfügung haben möchte. Die sind stapelbar. Sehen Sie hier? Richtig solide. Und dann können Sie mal zum Beispiel, aufgrund der Jahreszeit haben wir hier mal so Lichterketten reingetan. Kennst du das? Du bist Weihnachten irgendwie, willst schmücken, holst einen Karton raus und dann ist ein großer Klumpen von diesen Lichterketten, von Weihnachtskugeln, von was weiß ich, alles dabei. Und dann muss man erst mal wühlen, bis man das findet, was man hat. Hier haben wir alles griffbereit. Auch hier mal so Kerzen zum Beispiel. Die kugeln immer irgendwo rum in der Schublade oder in dem Schrank, nehmen viel Platz weg. Packen die einfach in so eine Box rein hier. Super praktisch und wie gesagt auch noch stapelbar. Die greifen hier richtig ineinander ein. Und dann hat man hier eben Ordnung geschaffen. Es ist so einfach, Ordnung zu schaffen, wenn man die richtigen Sachen hat. Ich finde das auch viel, viel praktischer als ein Karton, weil du kannst hier an der Seite auch noch sehen, was da drin ist und vor allem viel robuster. Ja, natürlich. Für mich zum Beispiel in meinem Keller auch, ich brauche so viele Kisten immer. Das kann zum Beispiel Werkzeuge sein. Werkzeuge? Normalerweise, wenn das so eine große Kiste ist, das alles liegt zusammen, dann du kannst nie was finden. Hier zum Beispiel, das kann auch verschiedene Sachen sein. Sie wissen genau, was liegt hier. Guck mal, hier können wir noch was hier schreiben. Das kann zum Beispiel im Büro auch gut sein. Wahrscheinlich auch für Schüler. Du kannst hier deine Schulsachen auch haben. Irgendwie sieht es sehr, sehr gut aus. Und mir gefällt es, jeder hat eine große. Und dann guck mal, du brauchst keinen Deckel oder so. Es kann einfach einer voneinander stehen. Einer auf die andere stellen. Super. Und natürlich, wenn sie sie nicht mehr brauchen, die klappen einfach zusammen auch sehr, sehr schnell. Genial. Ja, kaum zu glauben bei dem Preis, aber wir haben jetzt wirklich für 14,24 Euro ein Vierer-Set dieser stapelbaren und klappbaren Boxen. Hier ist die Bestellnummer, die CX2417 und die 569. Aber viele von Ihnen würden sagen, vier reichen mir gar nicht. Ich habe so viel Krimskrams. Am besten wären acht. Und dann haben wir jetzt natürlich das auch nochmal im Sparpack für Sie. Ja, je mehr, desto besser, kann ich Ihnen nur sagen. Und das ist gerade auch schön, wenn Sie die alle zusammen haben. Dann kann man die alle zusammen stapeln und muss dann nicht verschiedene Sorten packen hier. Ich bin wirklich begeistert von der Robustheit hier, wie klein die sind und was hier alles reinpasst. Wie was für eine große, große Ordnungs- und Organisationshilfe das hier ist. Wirklich beeindruckend hier unsere Neuheit im Katalog. Sehen Sie jetzt hier mit als Erster bei uns im Fernsehen. Und wir haben die Ablager lieferbar. Holen Sie sich die. Schaffen Sie Ordnung. Und wenn es auch nur für diese Weihnachtssachen sind. Weihnachtssachen, auch so Kugeln oder sowas, weißt du, da liegen die vielleicht unten im Karton. Dann gehen die kaputt, weil Sachen oben drauf liegen. Hier, das ist richtig robust. Kerzen bei mir, viele, viele Kerzen. Kerzen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich glaube auch im Keller, das gibt es einfach Sachen, diese Kabel, verschiedene USB-Netze. Ich weiß nicht, so steckt, ich weiß nicht, so kleine Sachen, wenn du brauchst, nicht jeden Tag. Aber wenn du brauchst, du willst sie sofort finden. Und ich glaube, mit diesen Boxen würden sie wirklich alles finden. Und wenn sie dich nicht brauchen, einfach so klappen sie sich zusammen. Und dann nehmen sie auch keinen Platz. Auch leicht beim Umzug. Ich hatte schon so viele Umzüge. Genau. Ich muss sagen, das alles muss jedes seines Platz haben. Und hier haben wir diesen Fall. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer für das Achter-Set ZX2486 und die 569 und knapp über 23 Euro der TV-Sonderpreis. Wenn Sie zwei Vierer-Sets kaufen würden, würden Sie knapp 30 Euro bezahlen. Jetzt haben wir das Ganze aber noch groß. Es gibt ja auch großen Krimskrams. Ja, wir haben hier mal großen Krimskrams reingestellt. Nur mal so als Anregung. Wir haben hier Bücher reingetan. Bücher sind so schwierig zu verstauen. Wenn man die irgendwo ins Regal ordentlich stellt, dann stauben die einfach voll. Schauen Sie mal hier. Ganz, ganz super untergebracht. Man kann sehen, was das ist. Und hier haben wir eben die größeren, die kleineren, die wir eben gezeigt haben, haben so 29 mal 21 Zentimeter. Die hier sind fast doppelt so groß mit 43 mal 29,5 Zentimeter. Auch hier. Sie sehen, da sind Bücher drin. Das ist richtig robust. Und ich kann hier sehen, was drin ist. Hier unten kann ich auch noch ein Schild dran machen. Natürlich auch stapelbar wieder. Und die sind genauso flach zusammenzuklappen wie unsere kleinen Boxen. Also das ist das Format. So hoch sind die dann. Und davon haben sie dann eben hier auch wieder vernünftige Möglichkeiten, ihre Sachen ordentlich unterzubringen. Vor allem übersichtlich. Und dass man weiß, wo was ist. Es staubt nicht voll. Ist sehr, sehr robust. Das kann man auch mal einfach dann von A nach B bringen. Ich bin absolut begeistert von unserer Katalogneuheit hier. Das ist eine echte Bereicherung. Ja, und jetzt müssen wir noch mal betonen, es ist nicht eine dieser Kiste. Es ist ein Zweier-Set für 16 Euro und 14 Cent. Die Bestellnummer hier ist die CX2418 und die 569. Aber jetzt haben wir auch hier wieder ein Vierer-Sparpark für Sie. Für alle, die sagen, zwei dieser Kisten sind ein klein wenig zu wenig. Ich habe wirklich viel Krimskrams, auch größere Sachen. Dann bestellen Sie gleich das Vierer-Set. Hier noch mal ganz einfach eingeblendet das Zweier-Set. Und Sie haben es auch ganz einfach beim Bestellen. Sie sehen jeweils unter dem Produkt einen QR-Code. Einfach einscannen. Dann haben Sie das Produkt direkt im Warenkorb. Einkaufen war noch nie so einfach. Jetzt eingeblendet das Vierer-Set, müssen wir noch mal sagen, der großen Kiste. Ja, das Vierer-Set dieser großen Kiste. Was ich Ihnen noch zeigen wollte und Diana, du hast das eben mir auch noch mal demonstriert, hätte ich beinahe vergessen, man kann die natürlich auch hier übereinander stapeln. Das ist sehr wichtig. Groß und zwei kleine, wenn Sie die Kombination nehmen. Finde ich eben auch sehr wichtig, dass man das hier übereinander stapeln kann. Und wie gesagt, das ist wirklich wie diese Plastikbausteine. Und es ist so robust. Nochmal, die große Kiste, da passt richtig viel rein, ist super robust. Wir haben Bücher reingepackt. Was Sie da reinpacken, ist bei Ihnen, aber ich kann Ihnen versprechen, dann herrscht Ordnung. Also, das Vierer-Set, jetzt eingeblendet für 28,49 Euro, hat die Bestellnummer CX2488 und die 569. Und wie gesagt, entweder Bestellnummer merken oder aufschreiben oder einfach jeweils unterm Produkt den QR-Code scannen. Jetzt nehme ich meinen Katalog noch mal in die Hand und hier finden Sie übrigens eine Neuheit. Und heute haben wir TV-Premiere sogar hier auf Seite 113 Rollwegen. Wir haben uns vor der Sendung unterhalten und Diana hat sich ein bisschen geärgert. Diana, du hast dir so etwas gerade erst gekauft, oder? Ja, nicht jetzt, ich glaube, vor einem Jahr. Und ich habe 39 Euro gekauft. Ich glaube, jeder kann das nachschauen. Ich glaube, jeder kennt diese andere Laden aus Schweden und so. Also, 39 Euro, genau solche Rollwagen habe ich in meiner Küche. Bei mir zum Beispiel hier immer meine Küchentücher zum Beispiel. Hier stehen bei mir Flaschen. Dann habe ich noch was. Auf jeden Fall, das ist so etwas, wenn du immer was zu Hause hast, du weißt nicht, wo soll das liegen. Wie gesagt, die Küchentücher und so. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und natürlich mit diesem Roller. Guck mal, wie geht das einfach. Ich liebe es. Und wahrscheinlich, wir machen es so, dass Sie das sehen können. Sehr, sehr leicht. Also, Sie können das alles natürlich von einem Zimmer zum anderen nehmen. Aber ich liebe die. Und jetzt natürlich, ich sehe den Preis. Und ich bin ein bisschen traurig. Ich könnte das viel, viel günstiger kaufen bei uns. Sie sehen schon, wir haben es in zwei verschiedenen Farben. Schwarz und Weiß. Die suchen sich ihre Farbe aus. Ich finde die auch so praktisch. Wir haben die auch zu Hause. Wir haben mehrere davon. Wir haben eine im Badezimmer. Da ist der Föhn drauf. Da sind Handtücher drauf. Alles, was man mal zwischendurch so braucht. Was sonst irgendwo auf einer Ablage, auf der Fensterbank rumliegt, können Sie jetzt hier in diesen Rollwagen tun. Zum Servieren. Wenn Sie Ihr Esszimmer haben und dann eben Ihre ganzen Frühstückssachen rüberbringen, können Sie die jetzt rollen. Sie sehen, da unten sind auch noch Bremsen dran. Das heißt, der kann nicht wegrollen. Jedes dieser Fächer, weil das aus Metall ist, ist ausgesprochen robust und hält hier Gewicht von bis zu 15 Kilogramm. Das ist eine ganze Menge Gewicht. Das heißt, Sie haben hier einen richtig stabilen Rollwagen. Es gibt diese Plastikrollwegen, die immer so fast auseinanderfallen, wenn man die hin und her schieben will. Aber das ist was richtig, richtig Tolles. Vor allem zu einem Preis, wie ich es wirklich noch in keinem einzigen Geschäft gesehen habe. 40 Euro ist ein ganz normaler Preis für sowas. Wir haben es als Katalogneuheit heute. Für nur 19 Euro, für 23,74 Euro. Das ist wirklich ein super Deal. Das muss man wirklich sagen. Und ich finde enorm, was du da für eine Möglichkeit hast. Du hast vorher gesagt, zum Servieren. Jetzt gerade, wenn wir zum Adventskaffee kommen, da rennst du ja zehnmal von der Küche an den Esstisch. Hier machst du einfach das Kaffeeservice und den Kuchen mit drauf. Oh, das ist natürlich auch interessant im Schlafzimmer als zusätzlichen Nachttisch. Also ich glaube, die Einsatzmöglichkeiten sind unendlich. Nachttische sind auch immer zu klein. Ja, ja. Und vor allem, du hast ja nicht drei Etagen in den Nachttischen. Höchstens noch Schubladen. Also ich finde es toll, dass sie aus Vollmetall sind. Das halte ich für wichtig. Das heißt, sie haben auch lange Freude dran für diesen Preis. In schwarz haben wir die Bestellnummer ZX6686 und die 569. Aber das Gleiche haben wir jetzt auch noch in weiß. Und da würde ich sagen, Ingo, ist eine Geschmackssache. Also vielleicht Esszimmer schwarz, Bad weiß. Oder? Würde ich jetzt so vom Gefühl raus sagen. Wir haben drei Stück. Einen im Bad, eine Küche, Esszimmer, um Sachen hin und her zu bringen. Und ich habe einen bei mir im Werkzeugkeller. Weißt du, wenn du eine Bohrmaschine und Bohrer und Hammer und alles Mögliche hin und her tragen musst, rennst normalerweise drei, vier Mal. Hier ist alles ordentlich untergebracht. Ich finde das total klasse. Da kann auch nichts irgendwie festtrocknen. Sie sehen, das ist so ein Gittergewebe da. Ja. Und jedes dieser Fächer hält bis zu 15 Kilo. Da kann schon mal richtig schweres Werkzeug dabei sein. Also schauen Sie mal in Ihren Haushalt, wie viel Erleichterung sowas sein kann im täglichen Leben. Ja, 23,74 Euro ist selbstverständlich auch in der weißen Version Ihr TV-Sonderpreis. Also nicht 39 Euro oder mehr ausgeben. Das ist einfach hervorragend. Unsere TV-Premiere in weiß mit der Bestellnummer ZX 6687 und der 569. Wir gehen noch einmal zurück zum Katalog. Eine weitere Neuheit. Da denke ich immer, das ist jetzt so ein Produkt, das hätte auch mir einfallen können. Denn wir haben Kühlschrank-Organizer. Und da muss ich sagen, Ordnung im Kühlschrank ist oftmals schwierig mit den drei Ablagen. Aber diese Lösungen hier, die sind genial. Es ist wirklich genial. Schauen Sie mal, es gibt Vorratsdosen, die man reinstellen kann, aber die wackeln immer hin und her. Das sind wieder stapelbare Boxen. Die können Sie auch ganz einfach so übereinander stellen. Ist auch richtig robust. Wichtig, wir haben hier mal eine Fabrika, eine Kartoffel und einen Apfel. Schauen Sie mal, hier unten sind Löcher. Das heißt, die kriegen keine Druckstellen. Dadurch halten die auch länger. Ich kenne das, wenn man so Tomaten einfach so im Kühlschrank legt, dann ist da unten immer matschig nach einer Zeit. Das hier hält die Sachen richtig frisch, stapelbar. Und wir haben hier mal einen Kühlschrank, wie er vielleicht auch bei Ihnen aussieht. Wollen wir mal aufmachen, Diana? Ja. Schauen Sie mal, das liegt alles nur so. Das ist so ein Klassiker, ne? Das ist wirklich ein Klassiker. Guck mal hier, diese Peperoni, die esse ich so gerne. Weißt du, so eine halbe Peperoni in so einem Topf Gulasch, das schmeckt einfach super. Aber wie bringt man die unter? Legt man die auf den Teller? Macht man die einfach so in so ein Fach rein? Nein, packen Sie die in eins von diesen Fächern rein. Packen Sie die in diese Fächer rein und dann können Sie die ganz einfach hier in den Kühlschrank... Oh, das ist schon recht voll, den Rest müssen wir auch gleich noch wegpacken. Dann passen die hier einfach rein. Es sieht ordentlich aus. Man sieht, was drin ist. Und es hält länger frisch, weil wir hier unten eben diese Löcher drin haben. Und vor allem, Ingo, was ich wichtig finde, Lebensmittel sind voneinander getrennt. Oftmals möchte man den Kontakt vermeiden, was für Gerüche oder anderes übergeht. Äpfel immer fernhalten von Tomaten. Das ist so ein schlechtes Beispiel hier. Paprika, Kartoffel, Apfel und Chili. Du weißt, dass Äpfel geben ja irgendein Hormon aus, was andere Früchte schneller reifen lässt oder dann auch faulen lässt. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie Äpfel in den Kühlschrank machen, aber das ist ja nur ein Beispiel. Wurst, Käse wäre, glaube ich, der Klassiker. Einfach trennen. Oder wenn ich Knoblauch irgendwo habe, den möchte ich ja nicht mit anderen Lebensmitteln. Also ich finde das toll. Und wir haben hier ein Viererset, Ingo. Wir haben ein Viererset. So sehen die aus, wenn die zusammengefaltet sind, nehmen auch überhaupt keinen Platz weg. Und so können Sie dann ganz einfach sofort benutzen. Ist natürlich robuster Kunststoff hier. Sie können von der Seite aus sehen, was drin ist. Und damit können Sie Ihre Lebensmittel voneinander getrennt halten. Gerade so dieser, was wir hier eben hatten, ein Apfel und eine Paprikaschote, das geht nicht zusammen. Die faulen sich gegenseitig weg. So kann das bei Ihnen auch aussehen. Muss nicht mehr so wie dieses Schwarz-Weiß-Bild aussehen, sondern kann jetzt richtig ordentlich aussehen. Ja, und Sie sehen vier dieser Organizer jetzt in der kleinen Variante. Wir haben die nachher noch größer, gerade mal 9,49 Euro. Aber wer sagt, oh, den finde ich klasse, aber vier reichen mir nicht. Wir haben jetzt auch noch einen 8er Sparpack. Rechnen wir noch mal. Gerade eben hat er knapp 10 Euro oder 9,50 Euro. Das wären 19 Euro für 8. Schauen Sie mal Ihren TV-Sonderpreis jetzt für das 8er Set dieser Kühlschrankorganizer. 16,14 Euro. Im 4er Set notieren Sie bitte die Bestellnummer CX2413 und die 569. Und wenn Sie sagen, wenn, dann richtig, gleich 8 Stück dieser Organizer. Dann ist die Bestellnummer die CX2478 und die 569. Oder wie schon häufiger gesagt, scannen Sie unseren QR-Code. Damit sind Sie dann direkt bei uns auf der Seite und haben auch das Produkt direkt im Warenkorb. Müssen nur noch bestätigen, dass Sie Pearl TV angeschaut haben, damit Sie auch den TV-Sonderpreis bekommen. Ja, ganz, ganz toll hier. Du hast es gesagt, der Preis hier ist der Hammer. So gut zwei Euro pro Box, wenn Sie hier tatsächlich das 8er Set sich holen. Es hilft Ihnen wirklich hier, Ihre Lebensmittel länger frisch und appetitlich zu halten. Das ist ja nichts, wenn man so eine Tomate aus dem Kühlschrank holt und die ist schon lädschig auf der einen Seite oder sonst irgendein Obst. Hiermit ist das wirklich perfekt untergebracht. Und Sie sehen vor allem auch gleich, was da ist. Finde ich auch toll. Man muss nicht wühlen im Kühlschrank. Ach, da hinten ist jetzt das oder da ist das. Das passt einfach. Und für Ästhetik das auch sehr, sehr schön. Für Ästhetik. Ich muss sagen, wie eine Frau, ich liebe dieses Video, das gibt es auch im Internet, wo alle so ordentlich, im Kühlschrank, überall im Badezimmer. Und das ist einfach angenehm, sowas zu Hause haben hier. Wir haben noch große Kissen, finde ich auch gut. Bei mir übrigens passiert auch, wenn meine alle Gemüse zusammen sind, ich kann eine Tomate nicht sehen beim Salat machen. Und dann, er bleibt dort noch eine Woche und er würde es einfach schlechten. Aber Sie sehen alles, was Sie haben. Auch im Kühlschrank braucht man auch diese Ordnung und diese Disziplin auch. Das ist es eben. Ordnung ist natürlich ein bisschen schwierig, aber hier mit unseren Organisern geht das natürlich super einfach. Aber es hilft einem wirklich hier im Leben. Wir haben ganz tolle Angebote hier für Sie. Das sind jetzt die großen Boxen, die sind fast doppelt so groß. Auch hier wieder, das finde ich somit am wichtigsten. Im Gegensatz zu jeder Vorratsschale oder Teller, wo Sie irgendwas drauflegen, haben wir hier diese Löcher, die die Sachen wirklich länger frisch halten. Und Sie können hier wirklich Ihre Sachen länger frisch halten und sind vor allem organisiert, dass Sie genau sehen, was wo ist. Ganz einfach zusammenzuklappen hier. So sehen die zusammengeklappt aus. Und dann können Sie die sogar noch stapeln hier. Das passt hervorragend. Einfach aufklappen und schon haben Sie wieder einen neuen Vorbereitungshalter hier. Und vor allem zwei. Denn wir haben ein zweier Set dieser großen Kühlschrankorganiser für 12,34 Euro. Und also ich würde beide die kleinen und die großen kaufen, je nachdem wie groß der Kühlschrank ist. Aber ich habe das auch. Du hast ein heilloses Durcheinander. Du hast normalerweise drei Fächer, wo du trennen kannst. Unten vielleicht noch das Obst- und Gemüsefach. Aber dann wird es halt ein bisschen, ich sage mal, nicht so ganz gut aufgeräumt. So Organiser helfen Ihnen. Zwei dieser großen für, das haben wir gerade gesehen, 12,34 Euro. Aber auch hier haben wir noch ein Vierer-Sparpack. Also jetzt vier der großen Kühlschrankorganiser. Und ich sage Ihnen auch hier, beide Bestellnummern. Wir haben jetzt eingeblendet das Vierer-Set CX2480 und die 569 für 18,99 Euro. Und gerade eben hatten wir das Zweier-Set. Da ist die Bestellnummer CX2414 und die 569 für 12,34 Euro. Oder, ich wiederhole mich da gerne, Sie scannen ganz einfach rechts unten den QR-Code. Ja, tolles Produkt. Wir helfen Ihnen, Ihren Haushalt zu organisieren. Wir hatten die grauen Boxen in zwei Größen. Wir hatten unsere tollen Rollwegen als Neuheit. Und auch als Neuheit hier unsere Kühlschrankorganiser. Es ist eine echte Hilfe, Ihren Haushalt in Ordnung zu bringen, organisiert zu sein, Ihre Sachen länger frisch zu halten, Ihr Leben einfacher zu machen, indem man sofort sieht, was hier drin ist. Ich finde es klasse. Stellen Sie sich Ihren Kühlschrank mal vor, mit diesen Boxen gefüllt. Viel, viel besser, als wie der im Moment aussieht. Ja, ich denke mir immer, warum habe ich so wenig Fächer wie unten das Gemüsefach, was ja auch eine Schublade ist. Hier hast du die Schublade, man kann Lebensmittel voneinander trennen. Und es ist immer, ich glaube, man spart langfristig auch Geld, weil die Lebensmittel länger frisch bleiben. Sie schmecken besser. Man wirft halt doch immer wieder. Es tut mir immer leid, wenn ich irgendwas wegschmeißen muss, weil es vielleicht Feuchtigkeit vom Boden bekommen hat oder Ähnliches. Ich glaube, das wird damit auch nicht ganz vermieden, aber zumindest reduziert. Ich werde mir auf jeden Fall die Kühlschrank-Organizer in beiden Größen kaufen. Und jetzt sind Sie dran, organisieren Sie es. Ingo hat es gerade gesagt, entweder hier für den Keller oder für die Vorratskammer oder die Rollwagen oder für den Kühlschrank diese Boxen. Aber damit können Sie eben schön Disziplin halten, wie Diana sagen würde. Also sind wir jetzt für die Dünke-Bitte. Bis zum nächsten Mal.